Der Begriff Großkontur bezeichnet in der Ordenskunde die zweithöchste Stufe eines in fünf Stufen eingeteilten Verdienstordens. Entwicklung Als Vorbild für die heute meist übliche Einteilung der Verdienstorden in fünf Stufen gilt jenes System, welches zuerst 1802 in Frankreich von Napoleon Bonaparte bei der Stiftung der Ehrenlegion eingeführt wurde. Bei der Gründung zahlreicher weiterer Verdienstorden im 19. und 20. Jahrhundert wurde dieses Muster häufig übernommen und gelangte dadurch zu weltweiter Verbreitung. Verdienstorden mit drei Stufen existierten bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts, wie zum Beispiel der ungarische St. Stephansorden, Stellung innerhalb der Ordenshierarchie, Großkreuz, Großkontur, Kontur, Offizier, Ritter, Trageweise. Traditionell wird das Großoffiziers- oder Großkonturkreuz eines Verdienstordens an einem Band um den Hals getragen. Wobei das Insigne in der Mitte der Brust zu hängen kommt, dazu gehört ein Bruststern, der in vielen Orden dem Bruststern des Großkreuzes ähnelt. Beispiele Die Stufe eines Großkonturs, Großoffiziers oder Neidkommandas existierte oder existiert unter anderem in folgenden staatlichen Orden. Großherzoglich-Mecklenburgischer Greifenorden Order of the British Appear Franz Josef Orden Militärverdienstorden Georgs Orden Guadalupe Orden Leopolds Orden Militärorden von Savoyen Orden des Heiligen Karl Orden der Eichenkrone Orden vom Niederländischen Löwen Orden von Oranien-Nassau Orden der Krone von Italien Verdienstorden der Italienischen Republik Stern von Rumänien Verdienstorden der Krone von Hawaii Orden Bernardo O'Higgins Dr. den